Die Themen der Woche. Die Vorbereitungen laufen. Lautra Maikerwe steht in den Startlöchern. Kaiserslautern zeigt Flagge. Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie. Große Pläne. Im Präpark soll ein neues Hotel entstehen. Jeder kommt auf seine Kosten. Das ist das Programm der diesjährigen langen Nacht der Kultur. Fünf Stück muss gehen. FCK stellt Cheftrainer frei. Die Vorbereitungen für die Lautra Maikerwe sind in vollem Gange. Am 20. Mai geht es los und auch in diesem Jahr erwartet das größte Volksfest der Westpfalz zahlreiche Besucher, die dem bunten Treiben auf dem Messeplatz beiwohnen möchten. Von turbulenten Fahrgeschäften bis hin zu deftigen Speisen. Hier kommt garantiert jeder auf seine Kosten. Für ein fesselndes Finale am Eröffnungstag ist ebenfalls gesorgt. Bestaunen dürfen Kerbegäste gegen 22 Uhr das allzeit beliebte Feuerwerk. Bunte Flaggen wehen in der ganzen Stadt. 100 Luftballons in allen Farben des Regenbogens steigen vor der Stiftskirche in den Himmel. Und der ein oder andere trägt die Botschaft sogar auf den Lippen. Kaiserslautern ist bunt. Grund für die Farbvielfalt ist der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie, der traditionell am 17. Mai stattfindet. An diesem Tag soll auf die Rechte von Homosexuellen auf der ganzen Welt aufmerksam gemacht werden. Und Kaiserslautern beteiligt sich rege. An die 50 Flaggen quer durch die Innenstadt, das ist schon ein Symbol und zeigt, in der Tat Kaiserslautern zeigt Flagge. Und wir haben heute auch auf dem Markt eine Solidaritätsbekundung gehabt, wo die Marktbeschicker auch entsprechende Regenbogenflaggen gezeigt haben und sich solidarisch gezeigt haben. Also es ist eine schöne Geste, die damit verbunden ist, die das schöne Programm, das hier gestaltet wird, unterstützt. Viele Vereine zeigten in der Innenstadt Präsenz. Vertreter der Politik und Kirche hielten Reden. Eins wird deutlich. Es wird viel getan gegen Homophobie. Aber der Weg bis zum Ziel ist noch weit. Im Zuge der Erweiterung des Präparks soll dort auch ein neues Hotel entstehen. Der Komplex soll zwischen Möbel Martin und Montemare gebaut werden. Für bis zu 320 Zimmer wird nach Angaben des Lautra-Architekten Platz sein. 120 neue Arbeitsplätze und 20 Ausbildungsstellen sollen dadurch geschaffen werden. Doch nicht nur größentechnisch sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Geplant ist ein sogenanntes grünes Hotel, welches durch Photovoltaik und Windkraftanlagen in Sachen Energieversorgung weitgehend autark sein wird. Die Pläne sind bereits sehr konkret. Auch Investoren seien bereits gefunden, die 45 Millionen Euro in den Bau des grünen Hotels investieren wollen. Die Grundstücksverhandlungen sind in vollem Gange. Im besten Fall kann das Hotel bereits im Herbst nächsten Jahres eröffnet werden. Vom 11. bis 6. Juni haben Bürger und Besucher der gesamten Region rund um Kaiserslautern die Möglichkeit, ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm an den verschiedensten Orten zu erleben. Unter anderem finden die Programmpunkte an den Orten wie der Fruchthalle, dem Pfalztheater, dem SWR-Studio, aber auch in Neuzugängen wie der Friedenskapelle und dem Cotton Club statt. Zum 15. Mal verwandelt sich die Stadt Kaiserslautern zu einer einzigartigen Kulisse für Kunst und Kultur. Naja, ich glaube, es gibt in keiner Nacht so viel zu sehen und auch mal reinzuschnuppern und sich einfach vielleicht auch treiben zu lassen wie in dieser Nacht. Es gibt von jeder, der eigentlich mit Kultur irgendwas zu tun hat, ist unterwegs. Und es wäre schade, das zu versäumen. Man kann reinschnuppern, man kann auch mal vielleicht Orte besuchen, die man sonst nicht so oft besucht. Man kann sich Eindrücke verschaffen und das für wirklich überschaubaren Preis mit den Bändchen überall mal reinschnuppern. Oder sich wirklich auch mal längere Zeit aufhalten. Also es ist, denke ich, für jeden Geschmack was dabei. An über 30 Spielorten wirken über 800 Künstler in über 150 Programmpunkten mit, um Interessierten einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Um auch viele der Schauplätze erleben zu können, wird der Bus der SWK alle Standorte der langen Nacht der Kultur erschließen und sogar selbst zum Spielort werden. Somit steht einem unvergesslichen Abend im Rahmen der rheinland-pfälzischen Kulturszene nichts mehr im Wege. Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Trainer Konrad Fünfstück am Freitagmorgen freigestellt. Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen viele Gespräche geführt und die Situation mit allen Beteiligten intensiv aufgearbeitet. Am Ende sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es im Sinne des Vereins am besten ist, einen Neuanfang zu vollziehen, um die nötige Aufbruchstimmung zu erzeugen. So FCK-Sportdirektor Uwe Stöwe. Fünfstück hatte das Amt des Cheftrainers im September letzten Jahres nach dem Rücktritt von Kosterun Jalsch übernommen. Nach einer durchwachsenen Leistung konnte der FCK den Klassenerhalt dennoch sichern und steht momentan auf Platz 10 der Tabelle. Wer die Nachfolge von fünfstück übernehmen wird, ist bisher noch nicht geklärt. Wer die Nachfolge von Kostenerhalt du Schicksal hat einen Geist im September letzten Jahres nach dem Rücktritt von Kostenerhalt. Wer die Nachfolge von Kostenerhalt